Peter Altenberg, die Kinderzeit Meine wunderschöne Mama trug ein weites Kleid aus dunkelbraunem Tüll mit hellbraunen Samtbändchen durchzogen. Man sagte, der Hofmeister der Familie W. mache ihr riesig den Hof. Wir verstanden das Wort Hof nicht. Eines Vormittags wurden wir zu dem Viadukt von 40 Metern Höhe über dem Schwarzer Tal geführt, wo zwei Lastenzüge aufeinander aufgefahren waren. Die eine Berglokomotive hatte die andere direkt...